Was war der Grund, hier zu erscheinen? Welches Produkt hat gerufen? Bandschlinge und Helme. Das Wichtige ist immer, dass man nebenbei doch den ein oder anderen Erfolg, den man dadurch erreicht, durch Kontakt oder durch emotionale Momente, nicht zur Seite stellt, sondern trotzdem noch aktiv mitnehmen darf. Weil das macht ja das Leben aus als immer das Gleichströmige, das Gleichwertige. Also es gibt auch Höherwertige, wie zum Beispiel dieser Servicetisch hier. Da ist eben was los und deswegen gibt es ein bisschen durcheinander, das kreativ zu beschreiben ist. Momente sind dazu da, diese wahrzunehmen, denn diese sind unwiederbringlich. Stimmt's? Es werde Licht, Lettlander. Ja, eigentlich schon, ja. Aber manch anderer sagt eben, das ist zu viel Kreatives. Aber ich denke, das kann nie kreativ genug sein. Weil man ja auch sagt, je höher die Kreativität im Berufsleben war, desto niedriger ist der Grad, Demenz zu erhalten. Ja, weil der Zerfall, der tut sich schwer, weil er immer Reize bekommt und immer Anreize hat und immer kreativ gefördert wird. So, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Außerwärts, werden Sie fündig. Ja.